Mir wurde eine Textnachricht die letzten Tage weitergeleitet aus einem Video und ich habe mich hier um die Übersetzung gekümmert. Sie soll eine private Konversation zwischen einer Huawei-Mitarbeiterin dokumentieren, welche Details und Informationen verrät über die interne Situation von Huawei, der 5G-Schlüsseltechnologie nach den Sanktionen der USA gegen Huawei. Achtung! Ich kann und gebe keine Garantie auf die Richtigkeit der Informationen. Diese Nachrichten wurden von einem Chinesen ins Deutsche übersetzt. Geringfügige Abweichungen können der Übersetzung geschuldet sein. Huawei wird pleite gehen. Wir brauchen so viele Chips, den WLAN-Chip, Kühlflüssigkeitschip, Powergate, Entrygate und so weiter. Diese Teile können wir nicht alle produzieren. Ersatzteile früherer Generationen sind nicht verwendbar. Wenn es keine Teile, Ersatzteile gibt, kann die Produktion nicht weiterlaufen. Arbeitspersonal wird mit Sicherheit gekündigt. Betroffen sind auch unsere Zulieferer. Diese werden ebenfalls zugrunde gehen. Es wurde ein großer Vorrat der wichtigen Chips im Vorfeld eingekauft. Jedoch hat man nicht gewusst, dass alles sanktioniert wird und bei anderen Teilen nicht eingekauft. Es wurden jetzt Mitarbeiter ins Ausland entsendet, um diese Teile zu besorgen. Alle US-Teile müssen ausgetauscht werden. Viele Mitarbeiter sind niedergeschlagen nach diesen Ereignissen. China kann die benötigten Teile nicht alle selbst produzieren. Die Kompetenz in einigen Bereichen ist noch zu dünn. Niemand von uns möchte, dass Huawei zerbricht. Mein Mann Anmerkung Ihr Ehemann arbeitet bei Huawei Sollte einen Vertreter eines deutschen Unternehmens in Shenzhen treffen, um Teile, die benötigt werden, zu besorgen. Beim Umsteigeflug wurde er von der Zentrale zurückgerufen und kehrte auf Anweisung seines Unternehmens um. Alle benötigten Teile zu besorgen ist eine schwere Aufgabe. Chef Ren beruhigt alle Kunden Momentan ist eigentlich genau die wichtige Zeit, 5G-Anlagen auszuliefern und zu installieren. Die USA hat China am Kragen. Es ist schwer, die 5G-Technologie zu einem anderen Anbieter zu wechseln, wenn sie bereits von uns installiert worden ist. Unsere Auslandskunden beobachten momentan und warten ab. Diejenigen, die bereits bei uns bestellt haben, stehen schwer unter Druck und drohen uns mit hohen Geldstrafen. 5G ist die vierte Industrierevolution. BMW und Daimler haben bei uns 5G-Technik bestellt für die kabellosen Roboterhände. Soviel zu den geleakten Dokumenten. Uns wurde in erster Linie erzählt, dass dies Google-Produkte betrifft und dass dies die schlimmste Folge für Huawei wäre. Natürlich sind die Google-Produkte sehr, sehr wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich dabei aber um den Consumer-Markt. Viel wichtiger für Huawei ist die 5G-Schlüsseltechnologie, die weltweit installiert wird unter dem Namen Huawei. Und dort werden amerikanische Chips benötigt. Und nicht nur das. Vielen anderen Firmen ist es nun verboten, mit Huawei zusammenzuarbeiten. Auch die hier eingeblendeten Trademarks sind betroffen. USB, SD Association, Wi-Fi Alliance und so weiter. Huawei ist es somit nicht ohne weiteres möglich, 5G-Technik weltweit zu installieren, weil hierzu die erforderlichen Chips fehlen in erster Linie, Software-Lizenzen fehlen und benötigte Ersatzteile in Zukunft nicht mehr geliefert werden. Die Presse schreibt, Flaggschiffgerät P30 fällt von 1.150 auf 130 Dollar. Dies zeigt, wie die Firma schwer getroffen ist. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, Huawei ist weltweit führend in der 5G-Technologie. Huawei hat die meisten Patente für 5G angemeldet. Deswegen ist das momentan ein schwerer Schlag gegen 5G. Das ist das momentan ein schwerer Schlag gegen 5G.